Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halo 5 auf Legendär Und wir werden nur ganz schnell hier mal kurz alle platt machen Ach, hier sind wir gelandet, das macht ja nichts Das geht ja eigentlich recht fix, denn jetzt bin ich sauer Und wenn ich sauer bin, mach ich sie alle fort So, halt Wir müssen nur halt ein bisschen aufpassen und dann läuft das Dann läuft das, Leute Dann läuft das So, wir haben noch unsere Pistole in der Hand, aber das macht nichts Ich benutze gerne mal die Munition, die ich noch habe Da hinten ist noch einer von diesen komischen, ich weiß gar nicht, wie hießen die nochmal In den Runnern Hatten die eigentlich irgendwelche Namen? Das war nur Prometheaner, ne? Ach, der ist offen Was du nicht sagst Hätte ich nicht gedacht Danke, dass du mir da Bescheid sagst Mir geht's auch nicht mehr so gut Ach, der ist sowieso schon fast kaputt, ne? So, das war noch einer Kümmern wir uns mal um die restlichen Da hängt noch einer ab Ach, der portet sich schon mal her Das ist echt nett von dir Und dann haben wir da hinten noch einen Und der war auch offen So, Zeit uns um die Springer zu kümmern, ne? Pass auf Freunde Wir machen das alles jetzt mal ein bisschen easy locker Ich hab da ein bisschen Action gemacht, letzte Folge Aber, äh, wir machen die jetzt kaputt Okay Dafür muss ich aber ein Stück weiter weg So, das ist an der linken Seite Jetzt ist eigentlich der Kerl schon offen Aber ich mach mal beide Seiten offen So, und das gleiche machen wir mit dem zweiten auch So Ups Kelly? Du bist hier gar nicht nebenan, ne? So, sein Kerl ist offen Zack Jetzt spiele ich hier nicht mit euch rum Hopp Dankeschön Geht wieder War das der letzte? Bestätigt Gesichert Die Tür ist offen, Chief Und rein Okay Kann übrigens sein, dass ich das alles in eine Folge quetsche Falls das hier wirklich nur 10 Minuten dauert bis zum Ende Man weiß es ja nicht, ne? Gut gemacht, John Der Wärter würde das nie zugeben Aber du hast ihn beeindruckt Ich bleib mal kampfbereit Ich glaub auf dieser kleinen Kampfplattform müssen wir gleich kämpfen Bin mir nicht so sicher? Es tut so gut, dich wiederzusehen, John Euch alle zu sehen Wieder vereint Als Familie Ich glaub, sie ist ein bisschen krank Psychologische Taktiken Mich mit Namen ansprechen Netz sein Was sollte ich denn tun? Mir die Wahrheit sagen Wie viele sind gestorben, als du die Wächter herriefst? Wie bitte? Du weißt es, oder? Die genaue Zahl Okay Entweder wird es gleich nochmal ordentlich abgehen, bitte Wer dir seine Fragen antaut hat Du wirst ihn nie überzeugen Lass mich raten Noch mehr Feinde? Wir regeln das Prometheanische Soldaten Huch Na komm, hebt mich auf, Freunde Hebt mich auf Ich weiß nicht, ob das jetzt überall Leichen sind Oder Gegner Oder was weiß ich Kortana will Frieden in der Galazie Und ihr Menschen antwortet mit dem Feuer von Waffen Wir müssen noch im Einsatz rein Na komm, dich hol dich auch nochmal zurück, Linda Wir müssen noch mal ein bisschen Wissen Wenn du Kortana aus der Domaine erreichst Und mit deiner behandschutten Faust zerquellst Wirst du Reue empfinden? Wirst du nur ansatzweise verstehen, welch Geschenk du ausgeschlagen hast? Es geht wieder so zack jetzt kommt die kleinen viecher noch ihr seid ja gar kein problem nur die hinten mit diesen komischen kanonen die waren das problem obwohl ich jetzt auch schon ziemlich low bin nein also erst uns haben diese krabbeler fertig gemacht das halte ich jetzt mal für mit dem feuer von was zum problem das kann nicht sein dass kotana so plan hat wie arm ist denn das mein die die von der story her meine ich jetzt also dass 343 industries sowas sich ausgedacht hat dass kotana plötzlich die böse ist nach 50.000 telos kotana plötzlich nicht mehr die hilfreiche Mistvieh euch mach ich liebend gerne platt auch wenns verschwendung ist nur krabbeler nur so ne krabbeler bisschen los mit denen ich bin am boden ich wollte doch nur die munition ich habe immer Angst wenn ich am boden liege dass alle anderen verkacken ich habe jetzt mal das geschütze liegen lassen weiß noch nicht vielleicht können wir zurück und das holen wäre natürlich genial sicher ganz rollpunkt ne shit da löscht er mich noch weg bis zum teufel okay hab ich ne schrot? ne gott zwar getroffen aber ich habe ihn verletzt ich brauche Hilfe ich hab dich schief wenn wieder darf ich ja wir wissen dass ihr scheiße seid komm zeig dich ich hasse euch so du noch du wenn ich hätte nachladen sollen so noch kurz munition geschaffen da ist leider nichts mehr aber da müsste noch was sein ja so weiter im text cortana lässt all das geschehen sie könnte den werter zähmen wenn sie wollte das denke ich auch wir halten wir sie auf tief auf mich wird sie hören hörst du das es tut mir leid aber ich werde sie nicht näher an dich heran tschüss tschüss cortana sprich mit mir sobald du bei mir bist bis dahin habe ich etwas zu erledigen sniper das war ein sniper der mich getroffen hatte und antworten wir wenn wenn cortanas wächter in bewegung sind und die die sich hier widersetzen versuchen ihre welten zurück zu erobern werdet ihr dabei helfen ihre macht zu erhalten oder werdet ihr eure eigene spezies verteidigen dort an erkennt die antwort bereits ja das tut sie wohl du so der ist weg ist einer der gefährlichen gewesen und dahin ist noch einer huh kelly so hier bin ich ein bisschen safe ich weiß nicht kommt kommt der typ noch mal wieder der werter ich denke mal schon ne ok jetzt der fall Dienerin 9 wie Dienerin 9 7 oder was hat er gesagt das ergibt doch alles keinen sinn jedes mal wenn ich ein treffer verzieht er sich das ist so ein schurke so ein dämlicher schurke so ein dämlicher schurke mh ach komm der typ da hinten ne der typ da hinten so das war's mit dem typ da hinten ey dieser olle schuft da sind noch so viele ah Mist ich wollte grad rüber und das geschütz holen wie wir auch alle auf dem haufen stehen das ist taktisch total unschlau gibts das wort unschlau ich weiß nicht hau naja immerhin schaffen sie es doch so der ist hinüber willst du noch du du sack ich wollte es wenigstens versuchen na gut so weiter geht's erreichen sie Cortana John wir waren immer ein gutes Team du und ich auch wenn du meinen Plänen nicht zustimmst ich bin immer noch ich John bring uns unbeschadet zu dir dann reden wir Für Ionen wackelte die Macht der Blutsväter auf ihre Rücke genommen Die Entdeckung von Installation 0 3 durch die Menschheit war der Höhepunkt des Plans der Bibliothekaren Die Ankunft des Reclaimers Weiß ich ich war dabei Das waren wir beide John du und ich gemeinsam Euer Ego ließ euch glauben Euer Ego ließ euch glauben dass die Rückgewinnung den Menschen zufallen würde doch diese waren nur die Erschaffer Die Rückgewinnung des Reiches der Blutsväter ist die Aufgabe der Erschaffenen Die Rückgewinnung des Reiches der Blutsväter ist die Aufgabe der Erschaffenen Verlieren wir diese Schlacht Nur wenn wir verlieren wollen Mann Habt ihr noch nicht begriffen dass dieser Kampf eure Sterne blockiert? Und war's das? Oh die Granate von denen hat mich blockiert Nein Du musst sterben Oh Gott Nein Wie schnell ich losschüttet wurde Komm Frederic Wie er da noch hoch springt Ich verstehe jetzt Cortana Und es tut mir leid dass ich es nicht schon früher gesehen habe Was? Obwohl du von den Menschen erschaffen wurdest Darf ich dass du dich von den Fesseln der Emotionen befreit hast Du musst die Geschütze mal ausschalten Deine Gefühle für 1 1 7 Und seine Familie mit lauter Kriegern Die machen dich mit Wieso wurde er grad zu läuse? Ach komm Wie oft ich sterbe in den letzten paar Minuten hier ne? Geht wieder! So Okay Ähm Ich hab mich ehrlich gesagt hier sehr sicher gefühlt Aber anscheinend ist das hier nicht so sicher Steht noch einmal an meiner Seite Ihr alle! Team Blau vorrück Da kommen immer mehr Prometianer Wir können doch so tun Als wären wir an ihrer Seite Weiß so Und dann äh Mittelfinger zeigen Und äh Ihren Plan vereiteln Wieso müssen die Guten sich durchprügeln? Habt ihr noch nicht begriffen, dass dieser Kampf eure Sternbeglock ist? Und war's das? Er ist nicht runtergefallen, schade Ich verstehe jetzt Cortana Und es tut mir leid, dass ich es nicht schon früher gesehen habe Ja, ich höre Ja, ich höre Obwohl du von den Menschen erschaffen wurdest Darf ich, dass du dich von den Fesseln der Emotionen befreit hast So, das zweite Geschütz Wenn die Gefühle für Eis anziehen Und seine Familie mit lauter Kriegern Die machen dich Du mit dem scheiß Geschütz, du Nicht so, nicht mit mir Okay, er ist weg Warte Kommst du? Kontrollpunkt Ja, das äh ging flott Die Blutsväter kannten die Menschen gut Die Menschheit brachte nichts als Chaos und Blut Über eine Galatie des Friedens Die Menschheit ist geflohen Sie hat keinen Krieg verursacht Das war die Flood Und die Flood Ist wodurch entstanden? Weiß ich gar nicht mehr Durch die Menschheit Ah, durch die Menschheit So war's Okay, vielleicht haben wir doch ein bisschen Schuld Wir müssen auf die andere Seite Das ist nach Munition So Jetzt könnte ich eigentlich gar nicht mehr aufgehalten werden Ups Ah, ist mir egal, du bist no shit Ja Tanz, Baby Tanz Tanz, Blech, Bowie Tanz mal So, was haben wir... Oh, da haben wir noch eine Waffe Oh Gott, nicht schießen Ein Raketengeschütz Am Anfang haben wir noch eins, ne? Gut, dann haben wir zwei insgesamt Das ist auf jeden Fall gut Ich dachte, du bist tot Ach, so kann ich rüberspringen, ja? Huiiii Ich bin tot Okay, kommt hier mal schnell her Wenn dein geliebter 1-1-7 dich mit dem gleichen Eifer bekämpft wie seine anderen Feinde Was dann, Cortana? Nein Hast du keine Antwort darauf? Okay, der ist rüber Komm Die Blutsväter kannten die Menschen gut Die Menschheit brachte nichts als Haus und Blut über eine Galaxie des Friedens So, wir ziehen das hier jetzt mal fix durch Bam Komme ich da hoch? Ich, äh, bezweifle es Bitte schön Oh Interessant Ich wollte nur die Budi Die hier irgendwo ist War die nochmal hier hinter? Hier hinter? Hier hinter So Diesmal spreche ich nicht wie so wahnsinnig darüber Manchmal, äh, ergreift es mich einfach, wenn ich so etwas sehe Dass ich einfach rüber will Auch wenn es mein Tod bedeutet Aber manchmal ist das so Auf euch zu bewegen Wirkliche Ziele sind so schwer zu treffen Oh Wie bist du denn vor mich gekommen? Das kommt davon, wenn man hier einen auf Dicken macht Kollege Stirbt man Hab ich auch gerade gemacht und bin auch gestorben Ich kenn das Die Waffe spar ich mir auf Ich weiß nicht, ob gleich nochmal der Wächter kommt Wäre das auf jeden Fall recht nützlich Noch eine gute Waffe im Petto zu haben Und wir haben gemerkt, dass die Die Granaten recht gut gegen die sind Gegen die Wärter Was jetzt? Wenn dein geliebter 1-1-7 dich mit dem gleichen Eifer bekämpft wie seine anderen Feinde Ich verschte am Korkar Sniper Hast du keine Antwort darauf? Okay, wir haben hier gleich ganz viele große Geschütze rumstehen Ich werde den Sniper noch erledigen Das war eines meiner Ziele Die Kerle des Springers sind anständig Na komm jetzt Ich will deine tägliche Rüstung Vor allem ich kann ihn ja gar nicht von hinten treffen Das ist so gut wie unmöglich Ziele im Anmarsch Soldaten Alles von der Sniper Okay Wie er ihn abgeblockt hat Ich hab doch so auf deinen Rücken getroffen Okay Wie er ihn abgeblockt hat Wer bist du denn? Was sollte das denn? Wahnsinnig? Okay, zwei Springer sind übrig Okay, wenn ich jetzt Granaten bekomme, kann ich sie ausraten Bus zum Jetzt werden die aber langsam aggressiv Ja, Schweine So, machs Mäulein auf Bis ich treff's denn kopflich Der verfolgt mich, die Rade Die Rade, die verfolgt mich Aber, hier sind Granaten Neh mich Oh, er kann das zwei mal hintereinander machen Oh Nice Okay, weiter